Hey Internet und YouTube! Schon lang nicht mehr erwähnt. Und mein süßer, geliebter Kies ist auch hier. Ich bin auch dabei. Meine Güte, 20 Jahre her, oder? Mit der Ansage. Oh mein Gott, ich hab fast den Text vergessen. Wie ging das nochmal? Hey Internet und YouTube, oder? Das war die richtige Reihenfolge. Nicht Hey YouTube und Internet. Also ich hab hier einen Spickzettel. Das ist gut, dass du das aufgeschrieben hast. Direkt auf dem Monitor mit so einem Post-It, ne? Warum hab ich einen grauen Bart und du hast einen roten? Du alterst total merkwürdig. Ja, ich hab halt das Rotschopfgehen. Ne, das ist braun. Hey, das ist braun. Das ist kein bisschen rot. Und ich find mein Bart irgendwie jugendlicher. Du siehst halt so nach Granny aus. Granny? Das ist ne Großmutter. Ja, du bist auch da als Großmutter. Das ist ein Granny-Look. Ja, du hast doch so merkwürdige Brüste da vorne. Was ist denn das da hier unter deiner Lederweste? Komm, könntest du... Du wolltest was bauen, glaub ich, jetzt zu Beginn. Ich wollte eigentlich erwähnen. Dankeschön für die ganzen Leute, die uns unterstützt haben mit Bewertungen und Kommentaren, ja? Mhm. Ja, ne, dankeschön. Und immer schön weiter unterstützen mit Bewertungen und Kommentaren, ne? Ja, aber sonst, sonst, äh, die Rabattmarken gehen aus. Die gehen aus und wir leiden Hunger. Nicht schön, hungrig ins Bett zu gehen. So, ich mach jetzt hier eine Werkbank hin, ja? Tu dies. Aber da ist dein, dein Bündel im Weg. Was ist mein Bündel? Ja, hier drüben. Schau, was ich hab! Da lässt er wieder Müll rumliegen. La, la, la. Hui! So, du kommst hier nicht mehr raus. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you give it away. Nimm mich, Quantum. This year! Ich steck dir die Wunderkerze. Kinderfreundlich! Hallo! Ich hab nichts gesagt. Kinderfreundlich, ja? Oh! Jetzt hör doch mal auf, hier. Du fackelst die ganze Bude mit deiner Wunderkerze ab. Blas mal, dann wünsch dir was. Nee. Die Wunderkerze ausblasen. Das hast du schon gestern Abend gesagt. Und nichts bekommen. Nichts hab ich bekommen. 40 Minuten hab ich an dem traurigen schlaffen Würstchen da rumgeblasen. What the fuck? Jesus Christ! Jetzt hör auf, Quanto, ich will meine Werbung behalten. So, ich hab jetzt hier Profis-E-Mail rein. Was? Leider können wir sie nicht zum Sponsoring. Ja, dankeschön! Hm, ich brauch hier noch ein bisschen das da. Geh mal ein bisschen Metall besorgen, alter Mann. Machen wir hier ein paar Betäubungsdinger. Lass mich einfach nur in Ruhe gerade. Leck mal hier die wichtigsten Dinge hier rein. Ihr habt Pfeile rein, Narkotiks rein und dann irgendwie zusammenschustern. Jetzt, ja. Also hier gibt's tausend Ordner jetzt hier. Kann ja wohl jeder, ja? So, ich hab mich hier noch gestärkt mit Bären. Hier gibt's Aufsätze. Was ist das? Eine Armbrust. Nee, wir brauchen keine Armbrust. Musst immer übertreiben. Hier sehe ich aber nicht... Ich mach die ganze Zeit Narkotiks. Hier sehe ich aber nicht... Achso, doch, hier. Hier ist Betäubungspfeil. Achso, das ist aber... Dazu brauch ich ja ein Gewehr. Wo war denn der normale Pfeil zu machen? Ich weiß es nicht. Dann vielleicht einfach hier so regulär, vielleicht... Äh, nee, kann man im Inventar machen. Ja? Ja. Ah ja, tatsächlich. Ja. Wir brauchen viele, ne? Und viele davon. Sehr, sehr viele. Denn bei deinen Talenten zu treffen, wird eine Herausforderung, du. Ich finde es nicht unverschämt hat. Warum? Du bist der Zwerg. So, guck mal hier. Ich sammle hier wie ein Weltmeister Bären. Ich bin dafür... Ich geh nie aus. Bären. Nein, 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 nein. Nein, meine Wunderkerze. Da ist doch so ein Balken im Inventar. Siehst du den? So ein Haltbarkeitsbalken. Das ist so, wenn der Licht spendet, der gar nicht zu schlecht. Echt? Spendet der wirklich Licht? Ich weiß es nicht. Es ist ja Tag. Aber man muss ja. Ich will auf jeden Fall zur Burg. Ich will zur Burg. Das ist mein Plan. Okay, ich brauch Pfeile. Dann werde ich defiklieren in die Burg. Und dann gehört die mir. Uns. Und dann wird zuerst rein defikliertes König. Was? Sie geht uns. Ich dachte, wir teilen alles. Wie unsere Frauen, Quantum? Wie unsere Frauen? Wie? Ich teile keine Frauen mit dir. Ja, siehst du? Ja, ich kriege auch keine von dir. Na, natürlich. Ja, wo? Warten. Dauernd biete ich sie dir an. Ja, stimmt. Es ist eine Lüge. Dauernd sage ich, hey, willst du die auch nochmal haben? Und du so, nee. Ja, das Problem ist, die sind alle so verbraucht, dann nach hier. Oh, ganz schön abwertend. Echt jetzt. Nee, ab ich mal. Jeder ist auf deinen Lederschlafsack. Da darfst du heute schlafen. Die Tür ist abgeschlossen. Das Haus ist abgeschlossen. So. Die sind alle kaputt. Psychisch. Ich gehe mit denen vorbildlich um, ja? Er nannte mich den Frauenflüsterer. Ich weiß nicht, warum die doch nicht mal anfangen zu weinen. Ja, weil sie dich sehen, ja. Sobald sie dein Gesicht erblicken, geht's los. Du verfreundet, meinst Freudentränen. Nee, nee, das sind keine Freudentränen. Na doch, ich glaube schon. Was wollte ich denn suchen? Metall, Metall. Nee, ich brauche Pfeile. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hole jetzt hier Metall. Ja, Metall. Bermann arbeitet Wahnsinn. Haut der da was weg. Der Wikinger nannte man ihn. Du brauchst dich echt, diese Selbstgespräche, um dich selbst hochzupuschen, oder? Ich bin Let's Player, ja? Was erwartest du denn? Kein Wunder, dass die psychisch alle fertig sind. Ja, klar. Stroh. Wo war Stroh jetzt eigentlich zu holen? Ich bin ja, gekloppt. Picke, Baum. Picke, Baum. Baum, Baum, Picke, Baum, Picke, Baum. Picke und Baum. Ah, das war Stroh. Warte mal. Ich finde, wir brauchen zwei Schmelzen, oder? Mindestens. Mindestens. Aber hier ist es so eng in deiner kleinen Kuschelhütte. Sag mal, kannst du nur meckern, oder? Ja. Okay. In der Tat. Okay, gut. Nein, ich wollte es nur wissen. Hier noch irgendwie so eins einquetschen. Hier so. Ja, es geht, oder? Ja. Äh, was ist das hier? Jetzt habe ich auf einmal eine Wunderkerze im Inventar. Warum? Haben wir die zugesteckt? Nee, ich habe sie in der Kiste. Hä? Sag dann, dass du auch eine bekommen. Nee, jetzt habe ich ein Skin. Kann man die irgendwie sicher spielen, oder? Vielleicht kriegt man... Achso, stimmt. Eine kleine Belohnung. Kleine Belohnung. Der eine verliert seine Kleidung, der andere bekommt eine Wunderkerze. Aber süß. Prioritäten. Ja, ich wollte mir heute so einen Greif da holen. Nee, nicht ein Greif, sondern eher so ein Adler. Ich frage Zeug davon. Natürlich. Na klar. Bist schon sehen, wenn ich meine Burg habe. Ich glaube, mir die Kinder freuen sich. Die sagen, ja, ich habe immer gewusst, dass Kies der erste in der Burg ist. Ja, das stimmt, liebe Kinder. Cool Kies. Und da schreibt bitte meinen Merch. Ich habe Merchandise. Wollte ich auch erwähnen. Oh Mann. Irgendwo versteckt im Internet. Müsst ihr suchen, Kinder. So, können wir mal hier noch ein bisschen Holz. So, wir finden sich Merch habe ich... Nee. Das ist Anbietern hier. Das ist... Das ist YouTube Deutschland. So kommt man in die Trends. Jede Folge. Jede Folge. Nur ein Thema. Du träumst von YouTube, oder? Meistens, ja. Ja. Das sind aber keine schönen Träume. Schrei, Mann. Nein, der alte Mann. Er versteht das Spiel schon wieder nicht. Was heißt der? Er versteht das Spiel. Wow. Du steigst dich ein bisschen rein. Das sind so meine Träume. Ich glaube, du steigst dich ein bisschen rein. Was ist hier draußen eigentlich los? Kohle. Kohle war wichtig, da? Irgendwie braucht man Kohle. Oder Fasern. Fasern war einfach nur Pflücken, haben wir gesagt, ne? Ich kippe hier einen Batzen Kot, den lege ich jetzt ins Bett, ja? Ja, na klar. Wohin sonst? Ich bin überladen. So eine Schande. Komm mal ins Bett. Da habe ich dir was aus dem Kopfkiss. Ey, du bist ekelhaft. Kein Wunder. Das ist alles so traurig. Warum traurig? Versuch mal dein Leben zu bereichern. Mit Kot? Ja. So macht man das in meinen Kulturkreisen. Verurteilen meine Kultur nicht, ja? Bisschen Respekt. Ich hoffe, du hast ein paar Bären. Nee, du? Nee. Ich bin Level 99. Cool. Kannst du eine Steinpicke und sowas? Ja. Äh, ich meine Metall. Nicht Stein, Metall. Äh, Metall? Ich glaube schon, ja. Ja, ja. Und es geht nur in der Werkbank jetzt, oder? Da kann man nix so helfen. Ja, es geht nur in der Werkbank. Klar. Was bin ich denn überladen? Waffen, Nachkampf. Oh, ich habe kein Holz. Könnte natürlich sein. Immer dieses Holz. Immer dieses Holz. Was habe ich hier zu viel? Okay, vielleicht sind die Pfeile 10, 20. Der Mann braucht Holz. Das fallen lassen. Ganz viel Holz. Das fallen lassen. Okay. So, jetzt noch ein paar Bärlis. Willst du auch eine Picke aus Metall oder eher nicht so dein Ding? Na, ich denke schon. Natürlich will ich aus Metall. Weiß man ja bei dir nie. Was soll... Warum? Warum? Keine Ahnung. Warum soll ich was Minderwertigeres nehmen? Ich weiß es nicht. Ja, eben. Du machst sowas ab und zu. Ja, genau. Du meinst mit dir? Weil ich dich manchmal nehme? Alter. Was? Echt jetzt? Nach drei Folgen sind wir an dem Punkt angekommen? Ich meine, wenn du hier so anfängst. Nimm doch lieber hier, guck mal, lass mal an mich ran. Ich habe nämlich was Gutes. Ja, gib mir doch was davon. Ja, das ist doch in der Werkbank. Kannst du jetzt 20.000 davon nehmen. Jetzt... Friendly Fire ist aus. War mir zu heiß bei dir. Wow. Bei dir trau ich garantiert nicht mehr an den Weg. Hier rutscht man... Ich... Du, dieser Weg. Da bekregen wir den... Grimmer, what? Ja. Wonder Woman mit der Märklinien. Und hinten geht es wahrscheinlich direkt rauf, oder so ist ein Weg? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Guck mal, ich habe hier schon zwei Schmelzen am Stiss. Ich arbeite. Der Mann arbeitet. Gib mir... Hier die Sachen. So, was brauchen wir denn für so einen komischen Fliegbogel? Wie heißt die nochmal? Ah, wenn irgendwas, ne? Du brauchst ein paar Pfeile. Steinpfeile. Moment. Ich kann dir was abgeben, so bin ich. Was ist denn die Dinger denn nochmal? Ich weiß... Ja, ja, leg sie einfach in die Backbank. Hier, ich habe sie gedroppt. Wie hieß nochmal der Vogel? Hinter dir gedroppt. Was? Ja, der Vogel. Ich... Aber wir brauchen einen Bär. Ich habe jetzt zehn. Ich habe jetzt zehn. Okay, ich habe... 14. Wie heißt nochmal dieser Raubvogel? Ich weiß es nicht. Wie soll man sich denn das alles merken hier? Der hieß doch irgendwas mit A. Trinkenschluck. A, wenn irgendwas oder nicht? Argentina. Ich weiß es nicht mehr, wie der Vogel hieß. Haben wir den vielleicht in unserem coolen Dino-Tagebuch? Ne? Nein? Nein. Man kann so viele Bären aufsammeln, aber keine Narko-Bären dabei. Das ist doch... Es gibt sogar ein Drachentagebuch. Ein Drachentagebuch? Ja. Okay. Ähm... Okay, krass. Flint kann ich hier noch in die Kiste legen. Ja, dann gehe ich jetzt den Vogel jagen. Bist du dabei? Wir gehen zwei Vögel jagen, meinst du? Ja, dann... Wo waren die Vögel? Die waren doch unten. Leider, ja. Da gibt es ja diesen Schnellen... Warte, der Schnelle ist ja mit P irgendwas. Pitter... Ja, weil den wollen wir nicht. Der kann ja nichts tragen. Ja, aber... Ja. Ach, du willst gleich den Großen? Ja, warum? Der ist doch genauso easy zu holen wie der andere. Wie kommen wir hier runter? Die Frage ist nur... Reichen wir unsere Pfeilchen dafür aus? Naja, wie viel hast du dann? 14. Das reicht, Digge. Ich habe nochmal 10. Das reicht. Nicht, ich weiß nicht. Doch, doch, doch. Reicht locker. Ich muss hier noch die richtigen Pfeile reinziehen, sonst knall ich ihn gleich nur ab. Schau mal, bei mir sieht das sexy aus, wenn ich einen Bogen in der Hand habe. Das sieht männlich aus. Bei dir sieht das... Vorne Kindergröße für dich. Oder? Ja. Du siehst aus wie... Du siehst aus wie der Typ da in Game of Thrones mit dem roten Bart. Ich habe keinen roten Bart, das ist braun. Das ist Haselnuss. Das ist Haselnuss. Das ist Haselnuss. Mhm. Das ist ein schönes Haselnuss-Braun. Ja. Okay, da vorne ist ein T-Rex. Alles klar. Ja, gut. Können wir ja betäuben. Oh, der kommt hier. Echt jetzt? Nein, natürlich nicht. Wozu? Wir brauchen kann. Nein, ich will auch... Ich will nicht, dass er hier hochkommt. Warum habe ich denn jetzt so ein... Die Luft ist ja so steckig. Tja, zu viel... Zu viel nach Likes gebettelt. Das passiert, wenn man es nicht mehr gewohnt ist. Das ist wie Rauchen, weißt du? Hm. Genauso ungesund. Merch in der ersten Beschreibungslinie. Wollte ich nur noch erwähnt haben. Das ist ekelhaft. Da unten ist auch irgendwas? Das sind doch Fräsche. Ey, das ist ein Krokodil da unten. Wie? Hä? Wo bist du schon wieder hin? Ich weiß nicht, wo du bist. Na, da beim T-Rex vorbei. Ja, hier ist ein Alpha-Raptor da unten. Au. Oh Gott. Ist da hinten Schnee oder so? Ich rutsche oder so. Ich lebe noch. Na, da hinten ist Schnee. Ich sehe da so ein Para-Vieh. Soll ich mir so ein Para holen? Ein Para? Heißen die Para? Ein What? Heißen die nicht? Daktilus oder irgend sowas? Ach, da... Oh Gott, bist du hier runtergesprungen? Oh nein! Bist du tot? Oh Gott. Ich habe die Hälfte meines Lebens verloren. Da hinten irgendwie, da ist das total das Gerippe und so ist Fleisch. Oh mein Gott, hinter mir! Kacke! Mach kein Quatsch. Wo bist du? Ich bin hier. Ach, nö. Du hast drei Raptoren hinter dir. Drei? 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 Ich habe nur noch Hälfte lebt. Ich habe nur noch Hälfte lebt. Ist Fleisch! Das funktioniert nicht mehr so. Aber da ich Speedy Gonzales bin, habe ich sie locker abgekriegt. Oh Gott! Oh Gott! Ich gehe drauf! Ich gehe drauf! Ich gehe drauf! Ich gehe drauf! Du musst weglaufen! Ich kann nicht weglaufen, ich habe diese Speedy-Fähigkeiten nicht. Oh Gott, die haben mich zerlegt. Das war Level 46. Ich habe schon das Bett geäht, oder? Ja, gut. Nein, meine Sachen. Warum muss alles mit dir in einem Kette zu fallen? Oh, mit mir. Ich bin ja nicht ich schuld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte mich anlegen mit ihm. Mit wem? Mit einem Raptor. Ja, einer Raptor ist so easy, ich habe drei gekillt oder so. Der hat mich aber gerade... Ich habe drei Raptoren vernichtet, mein Sohn. Damals. Hast du eine Picke oder was? Ja, ja, mit Metallwaffen. Ich muss mal so eine, wie heißt das Ding machen? Lanze, Speer. Speer, Dingsbums, ja. Oh, oh. Oh, ich fall immer wieder hier. Oh, hier ist ja ein Rex. Was ist denn jetzt schon wieder? Und Ameisen! Ich blib aus. Nein, ich wurde vergiftet. Nein, oh Gott. Ich wurde vergiftet. Ja, weil es nur ausdauert, glaube ich, bei den Ameisen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich gestorben? Bin ich denn... Warum sind hier ein Dinosaurier bei uns? Oh nein, die campen bei meiner Leiche. Und da ist ein Krokodil auf einmal jetzt. Das ist eine Katastrophe hier, was passiert. Bist du noch am Leben? Ja. Da drüben ist ein Krokodil, ne? Direkt da, wo ich gestorben bin. Ich versuche gerade nach Hause zu laufen. Ich muss mir so eine Pike... Toll, ich muss meine Sachen holen. Ja, ich brauche eine Pike, um mich zu verteidigen. Oh Gott, der ist direkt hinter mir. Gib mir meinen Scheiß. Kann man irgendwie alles... Nein, ich kann es nicht mal nehmen. Nochmal stirbst du die Leiche weg, ne? Moment, in der Leiche ist... Nein, nein, die ist nicht weg, oder? Ist die weg? Ich glaube, beim zweiten Mal, dann ist da so... Dann ist da eine neue Leiche halt hier, ne? Oder? Nein! Ich hänge am Scheißberg. Oh Gott, was ist das? Es gibt es nicht. Er ist wieder tot. Verflucht, dieses Spiel. Jetzt bin ich... Jetzt habe ich auch kein Bett. Wir brauchen mehr Betten. Doch, Gott. Wie wäre es, wenn du nicht so oft stirbst? Was hätte ich denn tun sollen? Ich musste mein Zeug holen. Ja, vielleicht mit etwas Strategie rangehen an die Sache dann. Warum wärst du noch ein Bett? Kannst du noch ein Bett bauen? Jesus Christ. Der Mann stirbt beim Let's Playen. Schwester. Wer ist da? Wie lange dauert das Bett noch? Ich mache mir gerade eine Pike, sorry. Kann ich überhaupt noch mal ans Bett? Steht wie lange das dauert? Nee, steht nichts da. So. Kann ich eins herstellen oder wo? Ja, aber das muss ich ja noch erst ehen, oder? Achso, stimmt, oder? Ja. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Es müsste eigentlich gehen. Ich kann nicht eins herstellen. Warum nicht? Was fehlt? Leder oder wie? Leder ist in der Werkbank. Wir haben alles da eigentlich. Für Betten. Nee, Fasern, Holz. Wie lange steht nicht der Cooldown oder so? Ja, wenn du hingehst vielleicht. Bei mir steht nichts. Bei mir steht nichts. Oh, Respawn-Countdown 1,50. Eine Minute 50. Ah, echt? Ja. Rette meine Sachen, Mann. Rette meine Sachen. Mach zwei Pikes. Wir haben doch genügend Metall, oder? Achso, du hast es nicht gelernt, ne? Nein, du bist der für Waffen, ich bin der für Rüstung und Sattel. Oh Gott. Okay, ne Pike ist jetzt in der Werkbank drinnen. Und, wie lange noch? Über ne Minute, ne? Ja, Minute 20. Okay, also, wie war dein Tag heute so? Ja, was denn? Ja, ne, war gut. Was hast du denn so gemacht? Hast du wieder diese kleinen... Ich hab im Waisenhaus gearbeitet. Und hast du wieder diese kleinen, edlen Törtchen gegessen mit dem Blattgold, wo so drüber geraspelt wird? Ja, genau, so ist mein Leben. Du bist doch dieser Mann, der im Hotel lebt, ne? Da hast du gesagt, dass du magst die kleinen Schokoladentäfelchen auf dem Kissen. Nur deswegen bin ich im Hotel, ja. Nur deswegen? Wegen kleinen Täfelchen. Ja, und ich mag diesen Mini-Kühlschrank mit der Mini-Bar. Und da kannst du... Du kannst dir echtes leisten, aus der Mini-Bar zu essen. Ich ernähre mich nur aus der Mini-Bar. Das ist richtige Dekadenz. Das muss richtig sein, ja. Als nächstes sagst du mir, ich kaufe mein Wasser an der Tankstelle. Ich kann nur von den kleinen Snickers und von den kleinen Kohlendingern aus der Mini-Bar. Wahnsinn. Da geht euer Stream-Spendengeld rein. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und wie lange noch die Qualen? Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade weg wieder. Wahrscheinlich eine Minute halt, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo du da hingelaufen bist. Ja, es geht, es geht, es geht. Ja, jetzt am Bunga-Bunga. Startig. Aber es ist schön hier aufzuwachen. Es hat eine schöne Sicht auf das Gestrüpp. Dach ist eigentlich überbewertet, wollen wir gar nicht. So ist der Teig nicht, dass der Werk kann. Ja, ich habe die. Okay, dann müssen wir gemeinsam unterwegs sein. Ja, meine Leiche war da unten. Wo bist du? Bin hier. Jo, jetzt wollen wir uns die Sachen... Wir müssen ein paar Bären wegschmeißen. Moment, ich bin... Die Bären ist so schnell überladen dann. Die haben ja 10 Kilo hier. Warte vorne, ich gehe noch ein Stück voraus. Du bist ja eh super schnell. Soll ich mal den Großen pieksen mit meinem Zahnstocher? Hier wird niemand gepikst. Ich weiß ja nicht mal, welche Richtung das war. Wäre einfach an dem Großen vorbei. Weil ich muss den Scheiß unbedingt zurückholen. Oh fuck, ich bin durstig. Bärenessen. Einfach hier so 90 Bären in den Mund drücken. Irgendwann verklick ich mich und hau mir die Narko-Bären rein. Das sehe ich schon. Ich glaube, ich hole mir hier noch mal ein bisschen Leben dazu. Level 100. Ach, jetzt habe ich Adams Kostüm. Wegen Level 100. Ach so. Du warst die ganze Zeit Level 100 schon? Anscheinend. What? Ah ja, die Hacks halt, ne? Die Hacks. Die du noch zusätzlich gemacht hast auf einem einfachen Server. Genau, und noch zusätzlich Hacks. Wie traurig wäre denn das? Das ist echt, ja. Das ist traurig. Ja. Ja, holt sich da noch die Hex. Oh, der da oben, guck mal. Ja. Kennst du den noch? Den wir ewig lange gejagt haben. Oh, ist das der? Das war ja ne Scheißarbeit. Ja. Das ist der, der nicht rasten muss. So, irgendwo da unten, wo die Raptoren sind, da ist meine Leiche. Du musst die Raptoren erstmal entsorgen. Die ist wahrscheinlich eh schon weg. Nein, ist die nicht. Ich? Ich weiß nicht, wo da ne Leiche ist. War doch irgendwo da unten. Du bist doch, du Rübezahl. Da seh ich eine. Da hinten. Ja, voll der Rübezahl. Da, wo es gerade deal ist. Geh doch hin. Mach ich jetzt auch. Töte es. Ja, du tötest das. Du, was heißt ja du? So kannst du nicht... Wie kann man alles nehmen? Alles übertragen, so. Na eben, jetzt hast du ja deine Sachen wieder. Ja, und jetzt gehst du drauf mit mir. Ich nicht, ich renne davon. Moment, ich muss hier noch ein bisschen reparieren. Da kommt's, Krokodil. Es kommt. Echt jetzt? Nee. Gerade umgedreht. Okay, wir holen uns jetzt hier so einen Flieger, ja? Ich seh schon 10 Raptor, die hier gleich wieder ankommen, oder? Ja, natürlich. Dann mach ich aber die Biege. Nein, wir kämpfen. Wie geht's los, Operation Flieger, ja? Guck mal, da hinten sind richtig viele. Was ist das da? Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Du weißt. Ich will das haben. Oh mein Gott, ein Pferd. Ich glaub, es wird böse. Oh, es rennt weg. Ein Pferd. Oh, wie schön, oder? Das hätte wahrscheinlich überhaupt kein Damage. Egal. Ich fühle mich irgendwie männlich, wenn ich das Pferd reiße. Wo ist es hin? Ist ja super schnell. Ja. Muss ja auch. Siehst du es noch? Nee. Ich hab keine Ahnung, wo sie ist. Dann holen wir uns den da, oder? Was hat mir für ein Level? Ah ja. Ja, das ist aber jetzt auch nicht der Schnelle. Ja, aber... Ah, der... Der Schneller. Oh Gott, hier ist ein Rex, nimm uns. Und Raptoren. Das ist riesig, oder? Ich dachte, ich bin so klein, aber das Gras ist so hoch. Der macht sich fertig, oder? Nein, nein, nein. Da ist nicht immer so ein Feigling. Ist ja schlimm. Ich hab einmal zugeschlagen und es ist tot. Ja, nein. Was mit dir los ist. Wo ist jetzt hier der Flieger? Ich bin einmal getroffen. Jetzt nimm doch das Wernfall. Da sind zwei Rexer und da kommt ein Geier. Da kommt ein Geier. Den wollten wir doch. Ich weiß doch, wie schlimm die waren. Nein, das ist so ein hässlicher Nutzloser. Oh Gott, da sind zwei. Echt jetzt? Die machen Wahnsinn Schaden, die Geier, ne? Ja. Meiner ist tot. Vorsicht, hier kommt ein Rex da hinten. Okay, der ist zu beschäftigt, aber... Ich hab den einen da oben getroffen. Der fliegt jetzt ein bisschen langsam. Wir müssen einen jagen. Wenn er die Spur aufnimmt. Da drüben ist so ein Vogel, den ich meinte. Hier sind ganz viele Vögel. Die da meinte ich. Die duellieren sich aber hier. Das ist nicht gut, oder? Alter, was ist das denn so in der Gegend? Schneller wäre auch nicht schlecht, damit wir uns mal ein bisschen umsehen. Ja, bei dem verdammten Gras sehe ich gar nichts. Also es ist richtig ätzend. Spektrum Null durch. Was sind denn hier? Welches Level ist denn das? Ja, ist ja wurscht. Ja, das ist ja erstmal egal. Ich sehe nichts wegen dem Gras. Ich sehe nichts. Jetzt reiß dich zusammen hier. Ja, das ist so ekelhaft. Level 40? Jesus Christ. Du fiel in dem Kleineren. Bist du schon auf den? Nee, ein Kleiner verfolgt mich jetzt. Hä? Hier drüben ist ein Bündel. Hier sind zwei hinter mir her. Hilf mir. Hilf mir. Ich weiß nicht noch welchen. Mach vor allem tot. Ich kann jetzt gerade nicht hier herum switchen. Ich mach den einen hier. Der ist Level 40 irgendwas. Hier mach ich jetzt tot. Und ich hab zwei. Oh mein Gott. Nein, du hast nur noch einen. Du hast nur noch einen. Dann mach ich den tot. Wieso? Ich mach doch meinen gerade tot. Feast of theile. Ich brauche nur einen. Oh Gott, ich hab kein Leben mehr. Nee, 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 nee. Rückzug. Ich hab kein Leben mehr. Der 49er hier ist gleich fertig. Ich hab kein Leben mehr. Oh, da kommt ein T-Rex. Da hinten sind Skorpione. Warum eskaliert das alles immer wieder? Ich hab mich im Arsch. Der macht Damage. Nein, ich hab... Oh mein Gott. Nee, ich muss weg. Ist nur noch einer oder zwei. Ja, aber ich hab kein Leben. Also... Das ist ein Geier. Das andere ist ein Geier. Verfolgst du mich eigentlich? Oh Gott. Ja, ich hab dir deinen Arsch gerettet. Da ist ein Rex auch hinter dir her. Ja, ich weiß. Was hast du für ein... Der ist Level 52. Er leckt mich doch hart. Ja, den nehmen wir. Der ist jetzt... Der ist nur einer hinter dir her. Der Rex ist weg. Der Rex ist weg. Ja gut, dann schieß auf ihn, während er mich jagt. Ich hoffe nur, der Rex hat mich nicht gesehen. Doch, der Rex hat mich gesehen. Renn weg, renn weg. Ich renne weg von dir. Renn hoch in den Berg. Oder kommt der hier hoch? Der kommt hier hoch. Der kommt hier hoch. Ja, aber wenn ich ihn jetzt hier oben betäube, ja? Nee, 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 nee. Ich zieh den Rex weg. Alles gut, alles gut. Aber ich geh hier drauf. Das Vieh ist richtig krass. Ja, dann haben wir jetzt ein kleines... Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich bin durch die Luft geflogen. Mein Gott. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Tat weh. Komm wieder. 52, Alter. Das ist auch heftig. Oh nein, jetzt fliegt er weg. Shit. Ich wollte er hoch. Echt jetzt? Ja. Das hat sich wieder beruhigt. Dann ist er kurz vorm Verrecken, wenn er wegfliegt. Mann, das Pferd, Alter. Das hat mir... Das hat mir einen Tag versüßt. So ein schöner Gaul. Ich wette, der frisst doch irgendwas total komplexes, wie Hafer. Oh mein Gott. Warum... Jetzt fliegt er noch weiter weg. Ich bin schon wieder beinahe hier, glaube ich. Oder? Weiß es nicht. Wo bin ich denn gestorben? Bin ich nicht hier hochgerannt? Was? Mein Ding ist kaputt. Dein Bogen? Ja. Nein, der geht kaputt. Der ist so schnell kaputt. Jetzt, wo er sich hingesetzt hat? Ich flipp aus. Ich flipp aus in dem Game. Und jetzt greift er mich an. Und jetzt greift er mich davon an. Ich kann... Oh mein Gott. Die Spiele macht mich psychisch fertig. Ich weiß schon, warum ich das nicht gemacht habe. Dafür wirst du aber mit Gold überhäuft. Jeden Tag. Und hier ist eine Höhle, oder was? Echt jetzt? Hier gibt... Ich sehe den Höhleneingang. Ne, das ist nur ein Durchgang. Ist nur ein Durchgang. Irgendwo hier bin ich gestorben, mein Freund. Oh Gott, hier hätten wir... Oh mein Gott, der kommt von... Oh, hier hätten wir den Vogel jetzt so gut holen können. Ja, dann reparier schnell deinen Bogen. Ja, ich hab... Was fällt mir denn zum Reparieren? Achso, brauche ich nur Holz. Okay, ich brauche schnell Holz, 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 Holz. Ach, jetzt bin ich hier unten wieder in dieser Wasserquelle, oder? Dieses... Dieses wunderschön animierte hohe Gras macht mich total irre. Das stört mich nicht hier, das ist ja wunderschön. Hey, Moment, hier gibt es ja diese Strahlen. Was waren die schnell? Da ist irgendwas drin, oder? Ja, ja, die Lootboxen, ne? Ah, hier drüben. Ist das meine Leiche? Oh Gott, das ist meine Leiche. Ich renne nicht durchs Wasser, ich renne nicht durchs Wasser. Warum sind da Viecher drin? Wahrscheinlich. Ja, meistens, oder? Ich finde meine Leiche nicht. Will ich die Lootbox? Oh, hier sind wir, der Biber. Ja, dann kriegst du was? Kleinen Garten. Stimmt. Oh mein Gott. Ja, geil. Wo bist du hin? Na, dort, wo du gestorben bist. Ja, wo bin ich gestorben? Ja. Da war da so ein Aufgang los. Hier ist so eine Spalte. Bist du in der Spalte dran? Durch die Spalte durch. Guck mal, hier ist so einer Level... Schlag ja noch eins mit einer Keule über. Geht das nicht? Wo ist denn jetzt? Alter, die Folge geht da jetzt schon wieder ewig lang. Wo kann ich denn jetzt? Hier ist ja nichts zum Ehen. War das nicht zum Ehen? F. Drück mal F vielleicht. Na, ich hab hier keine... Da war noch eine Kiste eigentlich, oder? Normalerweise... Vielleicht kommt die gerade runter. Vielleicht sind sie nach oben. Guck mal nach oben. Im Strahl. Oder ist die genau im Baum drin. Ne, die kommt runter. Die ist noch gar nicht da. Also? Ja, das Wasser sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge besitzen wir einen Vogel, oder? Sicher. Werden wir das. Hey, wo ist dein Optimismus? 4.000 Likes für den Vogel. In der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bewert nicht vergessen und... Tschüss.